Die Mitglieder von Pro Natura Landkreis Vechta sind begeistert. Die ersten Biber aus dem Emsland haben ihr Ziel, den Landkreis Vechta, erreicht und haben sich hier im Lüscherpolder bzw. am Mäuseturmteich niedergelassen. Erste Bissspuren bzw. Nagelspuren sind hier an Gehölzen im Lüscherpolder vorgefunden worden und ich hoffe, dass die Gemeinde Barkum diese Freude mit uns teilt und wir uns zukünftig weiter auf den Schutz des Bibers hier im Lüscherpolder Bereich konzentrieren können. Ja, wir sind natürlich stolz darauf, einen so prominenten Gast hier jetzt heimisch zu haben in unserem einzigen Naturschutzgebiet in der Gemeinde Barkum. Das erfüllt dieses Gebiet sicherlich mit noch mehr Naturraum, mit mehr Lebensraum und deswegen ist das positiv für den Landkreis Vechta und für die Gemeinde Barkum natürlich obendrauf.